Ich grüße euch Freunde, willkommen zurück bei Skull & Bones und dieses Mal geht es um diese Schatzkarte hier. Ja, die finden wir im Schatzkartenmenü unter Küste von Afrika. Hier sind wir, hier unten ist Zeit Anne, hier oben ist Jive und hier ist Kreuzer Navigatoren. Hier müssen wir hin, gerade angekommen hier, wir das Segel setzen, wir müssen jetzt hier einmal nach rechts, das ist eigentlich ganz einfach zu finden, man kann natürlich auch leicht vorbeilaufen, nämlich hier ist es. Hier haben wir nämlich die zwei Kreuze mit dem Hut, hier oben rechts, lenden wir sie nochmal ein, Küste von Afrika Alt. Und Hammer! Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch Spiel, Links findet ihr hier in der Beschreibung.